So, dann möchte ich Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Webinar. Es geht heute um eine neue Lösung aus dem Hause Access Communications und zwar um die sogenannte Access Body Worn Solution, zur Deutsch körpergetragene Kameralösung. Und ich möchte Ihnen während dieses Webinars aufzeigen, welche typischen Marktsegmente wir für diese neue Lösung sehen, wie unsere Lösung technisch umgesetzt ist, das heißt, aus welchen Kernkomponenten diese Lösung besteht, einige technische Eigenschaften aufzeigen, wie die einzelnen Komponenten sich dadurch auszeichnen und Ihnen auch aufzeigen, wie einfach es ist, diese Lösung in Videomanagement-Systeme zu integrieren und auch aufzeigen, wie einfach die Bedienbarkeit dieser Lösung aussieht als solches. Mein Name ist Jörg Rech. Ich bin bei Access verantwortlich für den Bereich Schulung in der Region Mitteleuropa. Sie haben einmal die Möglichkeit, während dieses Webinars Fragen an mich zu richten, indem Sie die Chat-Funktion dieser Plattform verwenden. Ich werde dann versuchen, am Ende dieses Webinars auf diese Fragen noch einzugehen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, Fragen im Nachhinein an mich zu richten, indem Sie meine E-Mail-Adresse verwenden und diese Fragen schriftlich an mich senden. Dann werden Sie morgen eine Follow-up-E-Mail erhalten, wo Sie unter anderem die Präsentation als PDF zugestellt bekommen und auch alle Fragen, die heute an mich gerichtet sind, sind dort noch mal schriftlich zusammengefasst als solches. Kommen wir zu unserer neuen Lösung, die wir jetzt herausgebracht haben. Unsere Kameralösung zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr einfach bedienbar ist. Des Weiteren auch in der Form zeichnet sich diese Lösung aus, dass sich diese sehr einfach in Videomanagement-Systeme integrieren lässt. Das heißt, die Anbindung der Kameras sehr einfach umgesetzt werden kann. Damit Sie eine Idee haben, wie unsere Lösung als solches aussieht, habe ich zum Einstieg so ein kleines Video, was im Endeffekt aufzeigt, wie diese Lösung als solches umgesetzt ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Video hat Ihnen in etwa aufgezeigt, wie der typische Einsatzbereich aussieht von diesem Kamerasystem. Ich möchte Ihnen zu Beginn kurz aufzeigen, welche typischen Marktsegmente wir für unsere neue Lösung sehen. Die klassischen Segmente, die wir mit diesen Kameras natürlich adressieren, ist das Thema Strafverfolgung oder Bewachung. Sie wissen, dass heute viele Polizisten bereits mit solchen tragbaren Kamerasystemen ausgestattet sind. Dasselbe gilt für Wachdienste. Hier wird auch immer mehr Personal mit solchen Kamerasystemen ausgestattet. Und was die Anwendungsfälle betrifft, die klassischen in diesem Zusammenhang, das ist einmal natürlich das Thema Abschreckung. Man hat ganz klar gesehen, wenn beispielsweise Polizeibeamte solche Kamerasysteme tragen, dass das im Endeffekt dazu führt, dass mögliche Straftäter sich weniger aggressiv gegenüber den Beamten verhalten. Das ist ein ganz großer Vorteil für Polizisten, wenn sie diese Kamerasysteme tragen. Des Weiteren geht es natürlich um das Thema Dokumentation, Transparenz. Das heißt, dass Straftaten oder Handlungsweisen entsprechend dokumentiert werden, zwecks Beweissicherungen. Und des Weiteren geht es natürlich auch um das Thema Lernen. Das heißt, dass man anhand der Dokumentation im Nachgang im Endeffekt ableitet, wie die Beamten ihre Verhaltensweisen mit dem Gegenüber entsprechend optimieren können, damit dann diese Personen dann beispielsweise in Zukunft weniger aggressiv gegenüber den Beamten letztendlich auftreten. Das sind so klassische Segmente und Anwendungsfälle, wo man heute diese Kamerasysteme sieht. Wir haben viele große Endkunden befragt, neben diesen klassischen Anwendungsfällen, ob sie auch für diese neue Kameralösung gewisse Einsatzmöglichkeiten sehen. Und Anwendungsfälle sehen. Und im Endeffekt hat sich das so herausgestellt, dass das sehr breitbandig ist. Das heißt, dass man in vielen Marktsegmenten hier wirklich Anwendungsfälle sieht. Und wir deswegen auch ein sehr großes Marktpotenzial sehen in unserer neuen Lösung, die wir jetzt vor kurzem herausgebracht haben. Ein klassisches aktuelles Beispiel kommt aus dem Bereich Logistik. Und zwar den Lieferdiensten, den Paketzustelldiensten. Es ist ja so, dass die aktuell auf die Unterschrift verzichten, mit dem der Empfänger in der Vergangenheit die Zustellung eines Paketes oder einer Lieferung entsprechend quittiert hatte. Das kann rechtlich gesehen im Nachgang Probleme haben, dass jemand behauptet, ein Paket wurde nicht zugestellt. Hier sind die klassischen Paketzulieferdienste sehr stark an diesen Kameralösungen interessiert. Das heißt, dass die zukünftig die Zusteller, Zustellerinnen mit solchen Kameras ausstatten. Und dass dann über die Videoaufzeichnung wiederum entsprechend dokumentiert wird, dass tatsächlich eine Lieferung zugestellt worden ist. Das ist so ein klassisches Beispiel, was auch sehr aktuell ist. Und wo man sieht, dass neben dem klassischen Bereich der Strafverfolgung und Bewachung, man auch für diese Kameralösungen hier ein großes Einsatzgebiet sieht an dieser Stelle. Kommen wir auf unsere Lösung zu sprechen, aus welchen Kernkomponenten sich diese Lösung letztendlich zusammensetzt und auch auf ein paar technische Eigenschaften, die im Endeffekt, wo sich diese Lösung auszeichnet, innerhalb dieser einzelnen Komponenten. Auch hier zu Beginn ein kleines Video zum Start, was eine sehr gute Übersicht liefert, was eine sehr gute Übersicht. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Sie haben die wesentlichen Komponenten dieses Systems gesehen. Ich möchte jetzt im Detail auf die einzelnen Komponenten nochmals eingehen. Wichtige Komponenten dieses Gesamtsystems ist der System Controller. Der System Controller ist im Endeffekt das Bindeglied zwischen den Kameras und der Zielstation, wo die Beweisvideos hin übertragen werden sollen. Dann haben wir die Kamera selber. Das heißt, wir haben einmal die Kamera, die Axis W100. Das ist das primäre Kamerasystem, die direkt am Körper getragen wird und die die Videoaufzeichnung und Tonaufzeichnung entsprechend durchführen kann. Man hat hier die Möglichkeit, die eingebaute Kamera quasi optional zu ersetzen durch eine Mini-Bullet-Kamera, die man optional beziehen kann. Und zwar ist das die Axis TW 1200. Und wenn man die Bodyworm-Kamera mit dieser externen Kamera bestückt, dann wird die Videoaufzeichnung nicht mit dieser integrierten Kamera realisiert, sondern mit der externen Mini-Bullet-Kamera. Hier hat man halt den Vorteil, dass man diese gegebenenfalls anders positionieren kann am Körper und damit ein anderes Blickfeld hat von der gesamten Szene, die man hier erfassen möchte. Dann hat man entsprechende Docking-Ladestationen. Da gibt es zwei Ausführungen. Es gibt eine Ladestation, die Axis W700. Das ist eine Docking-Ladestation, wo Sie eine Kamera einstecken können. Dann haben wir noch die Axis W7001. Das ist eine Achtfach-Docking-Ladestation, wo Sie dann die Möglichkeit haben, bis zu acht Kameras dort einzustecken für die Ladung der Batterie und natürlich auch für die Datenübertragung zum System-Controller. Dann haben wir diverseres Zubehör, was das Thema Halterung betrifft. Da gibt es verschiedene Ausführungen. Da werde ich dann auch im Nachgang da noch mal im Detail etwas drauf eingehen. Kommen wir erst auf die Kernkomponente zu sprechen, auf den sogenannten System-Controller. Dieser System-Controller ist, wie gesagt, das Bindeglied zwischen den Kameras und dem Video-Management-System oder System, wo die Videos entsprechend hin übertragen werden sollen. Und zwar ist es so, dass wir als Zielstation entweder ein EMS-System sehen. Das ist ein System, was man im Bereich der Polizei beispielsweise kennt, zur Beweismittelverwaltung. Oder man hat natürlich auch die Möglichkeit, ein klassisches Video-Management-System zu nutzen und dort die Videos hin im Endeffekt zu übertragen. Dann ist es so, dass auf dem System-Controller der sogenannte Body-Warm-Manager läuft. Das ist im Endeffekt die Verwaltungssoftware, mit denen man zum einen die Kameraeinstellungen durchführen kann, zum anderen auch die Zuordnung zwischen einer Kamera und den einzelnen Benutzer und im Endeffekt auch die Konfiguration durchführen kann, was die Einbindung des Zielsystems betrifft. Das heißt, wohin die Beweisvideos letztendlich übertragen werden sollen. Dieser System-Controller ist im Endeffekt gedacht als zentrale Verwaltungseinheit für das Gesamtsystem. Und das ist im Endeffekt auch das Bindeglied, wie gesagt, zum Endsystem, wo die Videos hin übertragen werden sollen, als Integrationspunkt. Dann ist es so, dass dieser System-Controller auch die Datenübertragung von der Kamera zum Endsystem letztendlich überwacht und steuert. Dann ist dieser System-Controller mit einer 480 GB großen SSD-Festplatte ausgestattet. Die ist dafür gedacht, um Videos zwischenzuspeichern während der Übertragung von der Kamera zu diesem Endsystem. Dann ist es so, dass die Videos, die gegebenenfalls auf der Festplatte zwischengespeichert sind, entsprechend auch verschlüsselt werden mit einer AIS 256-Verschlüsselung, damit die Beweismittel, wenn sie dort temporär gespeichert sind, auch entsprechend abgesichert sind gegenüber einem Zugriff. Dann hat man die Möglichkeit, pro System-Controller bis zu 40 Kameras anzuschließen, hat man größere Systeme, das heißt mehr als 40 Kameras im Betrieb in einer Einheit, dann ist es so, dass man entsprechende Anzahl an System-Controller quasi zusammenschaltet, sodass man auf der Summe dann auf die notwendige Anzahl der Kameras letztendlich kommt. Der System-Controller selber hat eine entsprechende Schnittstelle für die Anbindung an das vorhandene Netzwerk. Diese Schnittstelle hat eine Kapazität von Gigabit Ethernet, damit sichergestellt ist, dass die Daten, die von den einzelnen angeschlossenen Kameras auch entsprechend schnell über das Netzwerk übertragen werden können. Das ist dann vor allen Dingen interessant, wenn dieser System-Controller mit einer maximalen Anzahl von Kameras entsprechend ausgestattet ist, damit auch in der Summe die Videodaten dann entsprechend schnell ins Netzwerk entsprechend übertragen werden können. Was die Anbindung des System-Controllers an vorhandene Video-Management-Systeme betrifft, so sieht das aktuell folgendermaßen aus, dass wir hier die Integration bereits vorgenommen haben in unser eigenes Video-Management-System, der Access-Kamera-Station. Wir haben aber hier auch im Vorfeld schon eine Kooperation mit zwei Partnern von uns entsprechend gehabt, die bereits unsere Lösung jetzt in deren Form S-Systeme komplett integriert haben. Das ist einmal die Firma Genetec mit deren Video-Management-System, was sie aktuell anbieten. Dasselbe gilt für die Firma Milestone, für deren aktuelles Video-Management-System und wie gesagt auch unsere Access-Kamera-Station. Das heißt, diese drei Video-Management-Lösungen, die Sie hier sehen, sind bereits vorbereitet für unsere neue Body-Bomb-Solution und die können dann direkt in diese Video-Management-Systeme genutzt werden. Was die Kamera selber betrifft, so sieht das folgendermaßen aus. Wir haben einmal die Basiseinheit als Kamera. Das ist die Komponente, die entsprechend am Körper getragen wird, wo eine Kamera entsprechend integriert ist. Dann haben Sie optional die Möglichkeit, wie eben schon dargestellt, diese Mini-Bullet-Kamera dort anzuschließen. Sie müssen, wie gesagt, berücksichtigen, sobald diese Kamera angeschlossen wird, wird die integrierte Kamera entsprechend disabled und die Video-Aufzeichnung erfolgt über diese optionale Externe-Bullet-Style-Kamera. Hier nochmal beide Kamerasysteme dargestellt. Was die technischen Eigenschaften betrifft, so hat man hier die Möglichkeit, entweder mit einer Full-HD-Auflösung zu arbeiten, sprich 1080p oder mit einer Auflösung von 720p. und das bei einer vollen Bildrate von bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Diese Kameras sind mit einem Objektiv ausgestattet, so dass man einen großen Erfassungsbereich hat. Das heißt, horizontal betrachtet einen Erfassungsbereich von 141 Grad und vertikal betrachtet einen Erfassungsbereich von 91 Grad, so dass möglichst der komplette Bereich vor der Person mit diesem Kamerasystem erfasst werden kann. Dann sind in der Bodyworm-Kamera zwei Mikrofone eingebaut. Man hat hier in etwa eine Reichweite von 5 Metern oder mehr. Das ist immer von gewissen Umgebungssituationen abhängig, auch was die Nebengeräusche etc. betrifft. Aber es ist so, dass alle Geräusche mindestens im Radius von 5 Metern, die vor der Person, die die Kamera trägt, entsprechend stattfinden, werden erfasst über diese beiden Mikrofone. Dann ist ein Akku integriert, der von der Kapazität so ausgestattet ist, dass eine komplette Betriebsschicht mit dem Akku entsprechend abgedeckt werden kann. Das sieht dann folgendermaßen aus, dass wenn wir jetzt hier mit einer Auflösung von 1080p arbeiten, dass wir hier in etwa 12 Stunden abdecken können, würde man mit einer reduzierten Auflösung arbeiten, sprich mit 720p, dann beträgt die Akkulaufzeit in etwa 17 Stunden. Das Ganze ist natürlich von den Ladezyklen abhängig, aber das sind so typische Betriebslaufzeiten, die man über den eingebauten Akku letztendlich erwarten kann. Dann ist die Bodyworm-Kamera mit einem 64 GB großen Speicher ausgestattet. Dieser Speicher ist von der Dimensionierung auch so umgesetzt, dass man hier auch die Videos einer kompletten Schicht abdecken kann, von typischerweise 12 Stunden bei der 1080p-Auflösung oder wenn man halt hier wieder mit 720p arbeiten würde, dann diese Zeit auch von etwa 17 Stunden, dass da entsprechend die Videos auf diesem Speicher dokumentiert werden können. Dann ist die Bodyworm-Kamera mit dem GPS-Empfänger ausgestattet. Das heißt, die aktuelle Position kann mit dokumentiert werden. Dann ist auch die Bodyworm-Kamera mit so einem Sechsachsenkreisel und Beschleunigungsmesser ausgestattet. Das heißt, dass das zum Beispiel genutzt werden kann, wenn jemand fallen würde, dass die Videoaufzeichnung gestartet werden kann oder wenn jemand geschubst wird, dass das genutzt werden kann für das Starten der Aufzeichnung. Dann gibt es gewisse Interfaces für die Anbindung an die Kameras. Da haben wir einmal ein Bluetooth-Interface oder auch ein Wireless LAN-Interface nach dem IEEE 802.11 BGN-Standard. Und diese beiden Interfaces dienen dafür, um einmal gewisse Peripherien anschließen zu können an das Bodyworm-Kamera-System, aber auch für die Anbindung an einen mobilen Device, wie beispielsweise ein Smartphone. Und für diese typischen mobilen Devices und für die gängigen Betriebssysteme gibt es eine entsprechende App, wo man dann später die Möglichkeit hat, sich Aufzeichnungen anzusehen, die entsprechend realisiert worden sind auf der Bodyworm-Kamera. Und man hat hier auch die Möglichkeit, entsprechende Informationen hinzuzufügen als Notizen, die dann genutzt werden können für die Dokumentation des Sachverhalts. Das sind die typischen Aufgaben, die Sie mit einer entsprechenden App entsprechend umsetzen können. Wenn Sie die externe Kamera optional hinzufügen und darüber die Videoaufzeichnung läuft, dann ist das von den Grundeigenschaften dieselben Eigenschaften. Das Einzige, was man berücksichtigen muss, ist die Akkubetriebszeit. Die reduziert sich durch diese zusätzliche Kamera etwas. Das ist die einzige Einschränkung, die man hat, falls man diese externe Kamera verwenden würde. Dann, was die Merkmale der Kamera betrifft, die weiteren technischen Merkmale. Die Kamera hat natürlich WDR-Eigenschaften, um mit komplexen Lichtsituationen zurechtzukommen, vornehmlich mit gewissen Gegenlichtsituationen, die immer wieder auftreten können. Dann haben wir die sogenannte ZipStream-Technologie. Das ist ja eine Technologie, die bei AXIS bekannt ist. Da geht es darum, dass man Bitraten eines Video-Streams sinnvoll reduzieren kann unter forensischen Aspekten. Wir haben ZipStream explizit angepasst für die Anwendung in unseren Body-Warm-Kameras. ZipStream ist bei uns per Default immer aktiv. Das können Sie auch in der Form nicht deaktivieren. Den Vorteil, den Sie durch die Nutzung von ZipStream haben, ist die Tatsache, dass wir die Bitrate um im Durchschnitt 10% reduzieren konnten. Und das dann auch dazu beiträgt, dass auf diesen 64 GB Speichler, den wir da in der Kamera integriert haben, im Endeffekt diese lange Videoaufzeichnung vollzogen werden kann. Das heißt, dass die komplette Schichtdauer entsprechend dokumentiert werden kann. Und das Ganze halt auf der einen Seite als Vorteil, ohne dass Sie in der Video-Qualität irgendwelche Kompromisse letztendlich eingehen müssen. Dann haben wir einen sogenannten Pre-Recording-Puffer, den man nutzen kann. Den kann man entsprechend aktivieren und konfigurieren in der Größenordnung von 0 bis 90 Sekunden. Das heißt, wenn so eine Aufzeichnung gestartet wird, beispielsweise über den Haupttaster an der Kamera, dann würde auf diesen Pre-Waffer zurückgegriffen werden. Und man hätte dann alles dokumentiert, was vor diesem Trigger im Endeffekt im Bereich der Kamera passiert ist, was sinnvoll sein kann, dann als Beweissicherung, dass man diese Information zusätzlich zur Verfügung hat. Dann hat man ein gewisses Interface für den Bediener. Das heißt, zum einen kann man das so aktivieren, dass man hier gewisse Informationen über Vibrationen geliefert bekommt von der Bodyworm-Kamera oder auch über Piepsgeräusche von der Kamera. Des Weiteren gibt es dann LEDs, die einen gewissen Status anzeigen, zum Beispiel das Recording und so weiter. Man hat natürlich hier die Möglichkeit, alle diese Indikatoren zu deaktivieren, sodass man hier komplett, ohne dass jemand mitbekommt, dass wirklich eine Aufzeichnung läuft, das Ganze so gestalten kann. Das ist immer eine Frage der Anwendung, wie man das entsprechend vorzieht und wie das rechtlich getrachtet ist. Aber hier gibt es die Möglichkeit, das entsprechend unterschiedlich im System zu konfigurieren und entsprechend anzupassen. Dann haben wir natürlich darauf geachtet, dass die Kamera sehr robust ist gegenüber äußerer Einwirkungen. Wir haben einmal hier, was das Thema Feuchtigkeit und Wasserschutz betrifft, die IP67-Klasse. Das heißt im Klartext, dass die Kamera eine gewisse Zeit sogar bis in einen Meter Wassertiefe eingetaucht wird. Dann haben wir auch sehr viel im Thema Robustheit, was nach Milchspezifikationen entsprechend verifiziert worden ist. Da gibt es diesen Milchstandard 810H. Da werden gewisse Tests gemacht, was Schlagfestigkeit betrifft. Da werden Falltests gemacht. Das heißt, dass die Kamera aus einer gewissen Höhe x-mal Fall gelassen wird. Dann wird geschaut, dass die Kamera noch 100% betriebsfähig ist. Hier werden Einwirkungen in Form von Temperatur getestet, Kratzfestigkeit am Gehäuse. Das sind alles super Beispiele. Auf jeden Fall haben wir natürlich bei der Entwicklung dieser Kamera darauf geachtet, dass diese Kamera sehr robust ist, was für so eine Kamera natürlich notwendig ist, für das tägliche Handling, dass hier keine Beschädigungen hervorgerufen werden können. Dann haben wir, wie gesagt, unterschiedliche Halterungen, die im Zusammenhang mit der Kamera genutzt werden können. Und was das Einstecken dieser Kamera in Halterung betrifft, da gibt es ein sogenanntes Click-Fast-System, das, was das Anbringen der Kamera an gewisse Halterungen sehr einfach ermöglicht. Das haben wir natürlich hier auch umgesetzt. Und was ebenfalls, was den Mini-Bullet-Kamera betrifft, wenn man die verwenden möchte, gibt es hier ebenfalls entsprechende Halter-Systeme für die Kamera selber. Und es gibt auch nochmal ein Sicherungssystem, was den Stecker sichert, dass dieser sich nicht einfach herausziehen lässt aus dem Kamerasystem als solches, was die Anbindung an die Kamera betrifft. Die Kamera selber ist einfach zu bedienen. Was Sie hier sehen, ist im Endeffekt die Möglichkeit der Bedienung. Im Endeffekt erfolgt die Bedienung über bis zu vier Tasten, mit der die Kamera zum einen ein- und ausgeschaltet werden kann. Sie sehen vorne unter Punkt 7 den Haupttaster. Der wird primär genutzt, wenn es darum geht, um Aufzeichnungen zu starten, weil der natürlich sehr einfach zugänglich ist für denjenigen, der die Kamera trägt. Dann haben wir oben das Display, was wir sehen. Über dieses Display bekommen wir Statusinformationen angezeigt, wie beispielsweise Batterielaufzeit, was den Speicher betrifft und solche Geschichten. Dann haben wir vorne die Kamera selber. Und Sie sehen neben der Kamera unter Punkt 2 auch nochmal so eine LED, die genutzt werden kann, um darzustellen, dass aktuell eine entsprechende Aufzeichnung läuft. Hier nur zum Nachlesen einfach mal so klassische Bedienungen, die man an der Kamera ausführt. Das ist dann einmal durch den Einzeltaster teilweise möglich oder halt in der Form, dass man kombiniert verschiedene Taster nutzt und diese Taster dann für eine gewisse Zeiteinheit drückt und damit dann verschiedene Funktionen ausführen kann. Hier sehen Sie das Display oben am Kopf der Kamera, so dass man das auch, wenn man die Kamera trägt, entsprechend ablesen kann. Was die Batterielaufzeit betrifft, so richtet sich die natürlich immer nach gewissen Eckfaktoren. Das ist ganz klar einmal die Auflösung, die man nutzt bei der Kamera, also 1080p versus 720p. Dann natürlich, wie oft eine Aufzeichnung erfolgt, ob man die Wireless-Interfaces nutzt von den Kameras, ob man zusätzlich Audiofunk verwendet, ob diese Pre-Recording-Buffers verwendet werden oder natürlich auch, ob GPS aktiv genutzt wird zur Dokumentation und natürlich auch die Betriebstemperatur und natürlich auch die Anzahl der Ladezyklen haben im Endeffekt Einfluss darauf, wie lange die Betriebszeit des Akkus ist, wenn der entsprechend voll geladen ist. Man hat oben auch dieses Batteriesymbol und da kann man anhand von verschiedenen Farben erkennen, wie lange der Akku von der Laufzeit her noch ist. Solange diese LED grün leuchtet, hat man einen Indikator, dass noch die Betriebszeit mehr als eine Stunde ist, wechselt die in orange über, dann weiß man, dass das unterhalb einer Stunde ist und würde die in rot wechseln, dann weiß man, dass das weniger als 30 Minuten sind. Anhand dieser Farben kann der Nutzer erkennen, wie es mit der Akkulaufzeit in etwa noch aussieht. Um ein Missverständnis aus dem Weg zu räumen, was jetzt diese neue Kameralösung betrifft, im Vergleich zu unseren Standard-Video-Bewachungskameras, die wir seit längerem ja schon anbieten, haben wir hier mal ein paar technische Eigenschaften gegenübergestellt. Es ist so, dass wenn Sie unsere herkömmlichen Kameras sehen, wissen Sie, dass Sie die Möglichkeit haben, diese Kameras via Webinterface zu konfigurieren. Das ist eine Geschichte, die Sie bei unseren Bodyworm-Kameras in der Form nicht haben. Das heißt, Sie haben kein Interface selber auf der Kamera, mit dem Sie die Kamera selber administrieren können. Das passiert lediglich über den Bodyworm-Manager, der auf dem Systemcontroller läuft. Dann ist es auch so, dass Sie nicht die Möglichkeit haben, die Kamera selber auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Das ist auch eine Geschichte, dass die Kameras automatisch zurückgesetzt werden, wenn die hier einem System neu zugeordnet werden. Dann haben wir in unseren klassischen Kameras einen SD-Karten-Slot, wo Sie optional die Möglichkeit haben, eine SD-Karte einzusetzen. Bei der Bodyworm-Kamera ist zwar auch eine SD-Karte integriert, die ist aber aus mechanischen Aspekten heraus, Vibrationsschutz etc., Schlagfestigkeit, fest in der Kamera eingebaut. Und Sie haben keine Möglichkeit, diese SD-Karte zu tauschen. Dann haben wir bei unseren herkömmlichen Kameras unsere API, sprich Vapix-Schnittstelle, wo Sie die Möglichkeit haben, direkt auf die Kamera drüber zuzugreifen über Applikationen. Diese Vapix-Schnittstelle ist in der Form auf unserer Bodyworm-Kamera ebenfalls nicht vorhanden. Das heißt, hier ist keine Schnittstelle, mit der Sie über ein Drittsystem direkt auf die Kamera zugreifen können. Der komplette Zugriff auf die Kamera, wie gesagt, führt über den sogenannten Bodyworm-Manager statt. Der auf dem System-Controller ausgeführt wird. Das ist die klassische Schnittstelle zur Kamera. Hier so ein Beispiel, was den Bodyworm-Manager betrifft. Man hat hier die Möglichkeit, zum Beispiel die Kameras zu konfigurieren. Und die Konfiguration von Kameras findet über sogenannte Profile statt. Da kann man dann die Standard-Einstellungen vornehmen für so eine Kamera. Das Ganze wird verwaltet über die Profile. Man vergibt hier entsprechenden Namen für das Profil. Dann hat man hier Basis-Kamera-Einstellungen. Darunter fällt zum Beispiel, wie die Anzeige der Kamera genutzt werden soll, ob so ein Recording-LED leuchten soll, ob das Display oben eingeschaltet ist. Und solche Geschichten, ob die Kamera die Vibrationsmöglichkeit nutzt, um eine Interaktion mit dem Benutzer zu haben. Zum Beispiel. Dann haben wir hier die Videoaufzeichnung selber, das die Auflösung betrifft. Dann haben Sie hier die entsprechenden Audio-Einstellungen, ob die mitgenutzt werden sollen. Und ebenfalls noch die Einstellungen für den Pre-Buffer, ob der verwendet werden soll und wie lange dieser Pre-Buffer ist und ob um diesen Pre-Buffer dann zum Beispiel auch Audio zusätzlich genutzt werden soll. Das sind einfach so Beispiele, die Sie da einstellen können. Wie gesagt, das Ganze wird über Profile gehandelt und diese Profile führen Sie dem Benutzer zu. Und wenn eine Kamera mit dem Benutzer assoziiert wird, werden die Einstellungen direkt auf diese Kamera entsprechend übernommen. So, dann haben wir die Docking-Ladestation. Da haben wir, wie gesagt, zwei Varianten. Einmal die Ladestation für eine Kamera oder die Ladestation, wo Sie bis zu acht Kameras entsprechend laden können. Wenn die Kameras eingesteckt sind in diese Ladestation, Docking-Ladestation, dann dient das einmal dem Wiederaufladen des Akkus, aber natürlich auch der Datenübertragung zum Systemcontroller und dann zum Endsystem über den Systemcontroller. Das ist die grundsätzliche Funktion dieser Ladestation. Und dann, wenn Sie jetzt von einem komplett leeren Akku ausgehen würden, dann betrifft die Ladezeit für den Akku in etwa drei bis vier Stunden. Und wichtig ist noch, das ist ein Differenzierungsmerkmal zum Mitbewerb. Wir haben das so umgesetzt, dass die komplette Intelligenz in den Systemcontrollern verlagert ist. Das heißt, diese Docking-Ladestationen verfügen über keinerlei Intelligenz. Und das hat einen Vorteil in der Form, dass wir diese Ladestationen kostengünstiger ausführen konnten und dass wir dadurch eine Möglichkeit geschaffen haben, dass sich das System sehr einfach skalieren lässt. Deswegen haben wir uns entschieden, die komplette Intelligenz in die Systemcontroller entsprechend zu verlagern. So kommen wir auf die Halterungen zu sprechen. Da gibt es verschiedene Halterungen, die man optional beziehen kann. Alle diese Halterungen werden über dieses Klick-Fast-System mit der Kamera verbunden, beziehungsweise die Kamera wird in diese Halterung eingehangen. Das kann man sich so vorstellen, dass die Kamera einfach von oben reingeklickt wird in das System. Wenn man die Kamera von der Halterung lösen möchte, wird sie um 90 Grad gedreht und nach oben wieder herausgezogen. Und Halterungen selber gibt es dann verschiedene Ausführungen. Das ist einmal so eine Klemmhalterung. die man sich in die Kleidung zum Beispiel reinklemmen könnte. Dann gibt es eine Magnethalterung, die man auf einer Metallplatte zum Beispiel aufsetzen könnte. Dann gibt es diese Molhalterungen. Das sind Halterungen, die man kennt von Tragesystemen, die Polizisten tragen oder von Tragesystemen, die im Bereich des Militärs eingesetzt werden. Und dann gibt es auch noch eine Brustgeschirrhalterung, die man dann um den Körper sich hängen kann. Und dann die Möglichkeit hat, die Kamera dort entsprechend einzuhängen. Und wenn Sie die Kamera beziehen, dann ist die einfache Klemmhalterung mit Bestandteil des Lieferumfangs. Alle anderen Halterungen, die Sie hier sehen, können entsprechend optional dazu erworben werden. Dann möchte ich Ihnen aufzeigen, wie die Daten, sprich die Videoaufzeichnungen, von den Kameras zum Endsystem übertragen werden. Das sieht im Endeffekt folgendermaßen aus, dass das in zwei Schritten erfolgt. Im ersten Schritt werden die Aufzeichnungen zum Systemcontroller übertragen. Und im zweiten Schritt dann zu dem Zielsystem, das heißt zu dem EMS oder dem Video Management System. Wichtig war für uns bei der Entwicklung des Systems das Thema Datensicherheit. Deswegen haben wir uns hier entsprechend Gedanken gemacht, wie wir eine durchgängige Sicherheit für die aufgezeichneten Videos entsprechend umsetzen konnten. Es sieht folgendermaßen aus, dass die Videos, die auf der Kamera gespeichert sind, entsprechend verschlüsselt sind über eine AES 256 Verschlüsselung. Das heißt, wenn so eine Kamera abhanden kommen würde, dann ist es sehr schwer, an diese Daten daran zu kommen. Die Daten, die auf der Kamera entsprechend noch abgespeichert wären. Dann, was die Übertragung zum Systemcontroller betrifft, wenn die Daten hier über das Netzwerk entsprechend übertragen werden, dann werden die auch verschlüsselt übertragen, via HTTPS verschlüsselt. Dann die Zwischenspeicherung auf dem Systemcontroller erfolgt dann auch wieder mithilfe einer AES 256 Verschlüsselung, damit auch hier, falls so ein System in irgendeiner Form mal abhanden kommen sollte, entsprechend hier die Daten auch nicht einfach zugänglich sind. Der Systemcontroller selber verfügt auch über ein TPM-Modul, über dem der Zugriff auf den Systemcontroller abgesichert wird. Dann die Übertragung vom Systemcontroller zu dem Endsystem erfolgt dann auch wiederum über eine HTTPS-Verschlüsselung, sodass man hier in Summe eine durchgängige Sicherheit hat, was die Daten betrifft, wenn die zum einen auf der Kamera als auch auf dem Systemcontroller zwischengespeichert sind und auch dann, wenn die Übertragung über das Netzwerk erfolgt, dass man hier eine durchgängige Sicherheit zur Verfügung hat, was auch ein ganz großes Differenzierungsmerkmal ist zu den Mitbewerbsprodukten auf dem Markt. Kommen wir kurz auf ein paar Konfigurationsbeispiele zu sprechen, falls Sie so ein System umsetzen möchten. Da haben wir einmal den Systemcontroller. Hier haben wir die Möglichkeit, dass man bis zu 40 Kameras dort betreibt, an diesem Systemcontroller, in dem Sie finden, es gibt fünf Netzwerkanschlüsse für entsprechend die Dockingstation. Wenn Sie hier die 8-fach-Dockingstation nehmen würden, hätten Sie die Möglichkeit, das System für diese 40 Kameras entsprechend auszubauen. Wenn Sie das System vergrößern wollen, das heißt, mehr Kameras benötigen, fügen Sie entsprechend das zusätzliche Systemcontroller dem Gesamtsystem hinzu. Ein Systemcontroller agiert als Master, die anderen dann in dem Fall als Slave und über den Master, da läuft dann der Body-Warm-Manager drauf. Das heißt, Sie haben einen zentralen Body-Warm-Manager, über die Sie dann das Gesamtsystem administrieren und auch alle Kameras, die diesem System zugeordnet worden sind. Das heißt, das macht man aus einer Instanz heraus. Dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, so ein System aufzubauen, über mehrere Standorte hinweg. Wichtig ist nur, dass zwischen diesen einzelnen Standorten eine entsprechende Netzwerk- bzw. Internetverbindung vorhanden ist, sodass man hier diese Standorte zusammenfassen kann. Auch hier geht es dann wieder so, dass ein Systemcontroller als Master fungiert und über den dann den Zugriff auf das System erfolgt und dann auch die Konfiguration des Gesamtsystems. Dann möchte ich Ihnen kurz noch aufzeigen, wie einfach im Endeffekt diese Anbindung des Systems aussehen kann. Sehen Sie jetzt hier das Webinterface des Body-Warm-Managers. Sie haben hier die Startseite, wo Sie die einzelnen Komponenten des Systems sehen. Das heißt, die Kameras selber, Systemcontroller als auch das VMS. In dem Beispiel haben wir die Access-Kamera-Station mit entsprechender Statusinformation. Dann ist es so, dass wir unter Devices nochmal alle Kameras aufgelistet bekommen und die Systemcontroller selber. In dem Beispiel haben wir lediglich einen Systemcontroller und eine Kamera. Dann haben wir die verschiedenen Statusinformationen an Dockt, Dockt oder Fehler. Hier sehen wir jetzt das Benutzerinterface. Aktuell haben wir noch keinen Benutzer hinzugefügt. Das ist das, was wir Ihnen gleich in diesem Video zeigen werden, wie einfach es ist, diesen Benutzer hinzuzufügen und wie dann auch dieser Benutzer im Endeffekt dann in das Video-Management-System ebenfalls hinzugefügt wird. Hier sehen wir die verschiedenen Profile, die man anlegen kann. Man kann hier verschiedene Profile anlegen, die dann später den Benutzern zugeordnet werden. und dann werden diese Einstellungen auf die jeweilige Kamera übernommen, die dann den Benutzer zugeordnet wird. Hier sehen wir noch generelle Systemeinstellungen wie IP-Adresse oder man sieht hier auch zum Beispiel das Firmware-Management. Man kann das so konfigurieren, dass Firmwares automatisch auf die Kameras übertragen werden, falls die in die Dokumentation eingedeckt werden und nicht aktuell sein sollten. Das sind alles Sachen, die man hier über die allgemeinen Settings entsprechend konfigurieren kann. Das zeigen wir kurz, wie so ein Benutzer hinzugefügt wird in das System. Wir sehen hier auf der linken Seite den Body-Warm-Manager und auf der rechten Seite das Video-Management-System, in dem Fall unsere Access-Camera-Station, wo aktuell nur eine PTZ-Kamera eingebunden ist. Wenn man jetzt einen Benutzer hinzufügt, dann sagt man Add User. Man gibt den Benutzer einen Namen, wählt ein entsprechendes Profil aus, was man vorher angelegt hat, was dann diesem Benutzer zugeordnet wird und dann sagt man übernehmen. Dann erscheint dieser Benutzer einmal in den Body-Warm-Manager und Sie haben gesehen, zeitgleich auch in der Access-Camera-Station quasi als Kamera. Das heißt, über die Anbindung, die aktiv ist zwischen dem System-Controller und dem VMS wurde dieser Benutzer automatisch in das VMS hinzugefügt. Dann muss man eine Kamera einem Benutzer zuordnen. Das heißt, man wählt ein entsprechendes Device aus und einen entsprechenden Benutzer macht im Endeffekt die Zuordnung und dann ist die Kamera im Endeffekt einsatzbereit. Der Benutzer kann die Kamera aus der Ladestation herausnehmen und bei Bedarf entsprechende Videoaufzeichnungen dann entsprechend ausführen. Wenn Aufzeichnungen erfolgt sind und die Kamera direkt in die Dockingstation wieder eingesteckt wird, dann wird automatisch die Datenübertragung initiiert. Das heißt, von der Kamera zu dem System-Controller und sobald diese Datenübertragung erfolgt ist, kann man das Video im Player des Video-Management-Systems entsprechend abspielen. Das ist die Übertragungsdauer selber zwischen der Kamera und im Endeffekt des Endsystems richtet sich natürlich immer anhand der Größe des Videos und das geht aber in Summe relativ schnell, bedingt dadurch, dass wir die hohe Netzwerkkapazität haben zum System-Controller zum Netzwerk-Interface. Da haben Sie einfach mal gesehen, wie einfach die Übertragung aussieht und wie einfach die Anbindung an das System im Endeffekt realisiert werden kann. So, hier noch am Abschluss die Preise für die einzelnen Komponenten. Das heißt, die Kamera selber liegt bei MSAP von 649 Euro, so ein System-Controller bei 1099 Euro, dann haben Sie die verschiedenen Docking-Ladestationen achtfach bei 549 Euro oder die Einfach-Ladestation bei 99 Euro und diese Mini-Bullet-Kamera, die man optional an die Kamera anstecken kann, die liegt bei MSAP von 199 Euro. Wie eben schon gesagt, haben wir das Produkt gelauncht letzte Woche am 15. Juli. Die sind mittlerweile auch bei Video verfügbar, liegen entsprechend auf Lager und können bestellt werden. Wir haben unsere Access Experience Center zum Beispiel bei uns in Ismaning bei München im Office, wo diese Kameras auch installiert sind mittlerweile, wo Sie die Möglichkeit haben, diese live zu betrachten. Wenn Sie auch Interesse an Live-Vorführung vor Ort haben, können Sie unseren Sales entsprechend kontaktieren. Dann kann man sowas sicherlich organisieren und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie wenn der Interesse an diesem Produkt bei Ihnen auf Interesse gestoßen ist und Sie vielleicht zukünftig in Ihren Projekten solche Kameras einsetzen würden. Wir haben auf unserer Homepage eine dedizierte Seite, wo Sie zusätzliche Informationen abrufen können. Diese Seite ist aktuell in Englisch verfügbar, wird aber in Kürze auch in deutscher Sprache verfügbar sein. Des Weiteren ist es so, dass wir ein E-Learning Modul entwickelt haben, das heißt so ein Online-Kurs, wo Sie nochmal alle technischen Details erlernen können von dem neuen Produkt, was wir jetzt anbieten und das sind im Endeffekt die zusätzlichen Informationsquellen, die wir da zur Verfügung stellen als solches und das war es dann auch soweit mit meiner Präsentation und dann schaue ich kurz noch, ob ich ein paar Fragen sehe. Nein, ich sehe jetzt ad hoc keine Fragen. Dann gehe ich davon aus, dass Sie alle glücklich sind und bedanke mich in dem Fall für die Teilnahme an dieses Webinar. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, können Sie diese im Nachgang an mich richten und ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund und vielleicht hören wir uns in der Zukunft beim weiteren Webinar wieder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.